Ja, Blastimil, jetzt haben wir eine ganz besondere Partie zwischen uns beiden. Die erste Partie, die wir miteinander gespielt haben, 52 Jahre oder mehr als 52 Jahre her, bei der Jugendweltmeisterschaft in Den Haag 1961. Tatsächlich, wie die Zeit vergeht. Wie die Zeit vergeht. Unglaublich. Also du hast dich nicht viel geändert, du warst auch schon so... Nein, ich sag damals schon so aus, okay. Aber jetzt wirklich, wir beide konnten uns ja gar nicht mehr an die Partie erinnern. Ja Gott sei Dank, es gestört Schach-Base, ja, ich würde an die Partie auch... Weißt du, ich konnte die nicht erkennen schon, alles ist vergessen, ja. Nicht speak up my memory, ja, haben wir tatsächlich, weißt du, wann war es, das war Juniorenwelt, weißt du... Das war Juniorenwelt 1961. Ich weiß das... Ich habe nur Schach im Kopf gehabt, was du im Kopf gehabt hast, das weiß ich nicht... Ja, das war irgendwie mein erster Gang nach Westen. Das stimmt, ja. Weißt du, weißt du, einmal irgendwie, Bent Larsen sagte immer, wer ist nicht rot bis 30 Jahre alt, dann ist er nicht normal. Aber wer ist noch rot, nachdem er 30 Jahre alt wird, dann ist er ein Narr. Also das ist, jetzt kann ich den Bent Larsen da, weil er war natürlich nicht da, aber es waren viele Bekannte dann. Also, wenn ich mich dann erinnere, ich möchte doch jetzt noch auch Parma erwähnen, Bruno Parma. Er hat sehr, sehr gut gespielt. Er war ein sehr guter Theoretiker. Er war schon ganz reif und eine reife Spielweise hat er gehabt. Er hat das Turnier dann gewonnen. Ja, ja. Wo du auch in der Finalgruppe warst. Ich war in der Finalgruppe. Ich bin ausgefallen da, das weiß ich noch. Ja, das war die riesen Überraschung, weil du warst ja eigentlich der Favorit. Ja, ein bisschen schon, ja. Aber gut, ich bin dann irgendwie verdient ausgefallen, weil ich verlor da eine lange Party gegen Seidema. Ja. Und ich verlor irgendwie Turm 2 Bauer gegen Turmläufer Bauer. Aber gut, weißt du, ich hatte ein bisschen vielleicht Pech, dass da die Partien noch abgebrochen wurden, weil ob er das allein gewinnen würde, da bezweifle ich. Aber da hat ihm dann Holland irgendwie auch... Wahrscheinlich Öbe, Donner... Ja, ja, also die haben doch ihm wahrscheinlich... Aber gut, das ist normal. Ja. Also ich war trotzdem sehr gern, das war meine erste Tür, erstes Fenster nach Westen. Ja, ja. Weißt du, ich war sicher auch... Weil du hast vorher, ein Jahr vorher hast du bei der Schach-Olympiade in Leipzig 1960... Ja, aber das ist nicht Holland, entschuldige. Das ist nicht Holland, das ist richtig, ja. Aber da hast du auch schon mitgespielt für die Tschechoslowakei. Ja, ich war schon ziemlich reif und ich habe ein gutes Resultat gemacht. Hast gut gespielt, ja. Du warst, glaube ich, wirklich der Favorit bei der Jugendweltmeisterschaft. Ja, so, wenn da, darüber, ja. Also unter Favoriten, sagen wir so. Also, leider ist mir das total abhanden gekommen. Ja, weißt du, das war dann sehr komisch, weil irgendwie dann jemand wollte, dass ich wirklich nach Hause fahre, von diesen Herren, vom Staatssport und so. Nicht als Strafe, aber was suchst du da jetzt, weißt du? Man hat auch vielleicht auf Devisenverbrauch auch schon damals gedacht. Weißt du, da war dann der Witz, komm da, welche Wiesen sind am besten, nicht? Dann war die Antwort Devisen, weißt du? Also, gut, ich musste dann weg, irgendwie, das war ein Missverständnis, weil, was kannst du als 17-Jähriger machen? Sollst du sofort emigrieren? Also, weißt du, ich habe dann natürlich diese Westen gesehen. Ich hatte ein bisschen vielleicht sogar Probleme, weil du kommst da, du hast nie, jetzt sage ich das ganz offen, Porno gesehen. Oder du bist praktisch, ich war vielleicht noch, du warst schon drüben, ich war noch vielleicht ein bisschen in Pubertät oder so. Und jetzt siehst du da alle diese wilden Verführungen, sagen wir. Und dann muss ich mit dem bestimmten Pfleger spielen, den ich auch schon so vorher kannte und du spielst es da gut. Und die Partie eigentlich, ich glaube, wenn ich da so zurückdenke, dass wir wollten, du diese Unentschieden uns beide qualifizieren. Aber mich hat dann Seidemann geschlagen. Ja, das war dann der Name. Mit dem ich natürlich dann ganz normale Beziehung hatte auch. Ich habe mit ihm da noch zweimal gespielt, einmal irgendwie bei studentischer Olympiade in Krakau. Also da sogar ist mir Revanche gelungen oder so, oder zweimal. Aber da war es doch ein bisschen wichtig, aber wir waren jung damals. Mensch, wir waren damals jung. Wir waren jung. Aber jetzt geht es dir hier... 61, also ich werde diese Partie mit Spannung irgendwie sehen. Okay, wir schauen mal. Du hast also die weißen Steine und hast E4 gespielt. Ja, ja. Und ich in der guten alten Zeit E5. Ja, ja. Und jetzt ja Philidor-Verteidigung. Oh, das war sicher für mich eine Überraschung. Ja, ja. Ob ich dann gut reagierte oder ist egal. Das ist noch normaler Zug. Bringer D7. Jetzt habe ich schon nach C6 etwas nicht normal gemacht. Ja, so kein normaler Zug. Ja, Rohade ist noch in Ordnung. Ja gut, aber irgendwie dann C3. Wer spielt heute C3? Weißt du, die machen hier vielleicht A5. Aber es ist ein gesunder Zug. Ja. Was soll es? Und immerhin, es droht vielleicht Dame B3 auch da. Na ja, 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 ja. Und dann hier, also? Na ja, gut. Ach B7. Also da, schwarz muss aufpassen. Du hast sofort reagiert, du hast mit Softport Läufer D3. Läufer D3, Springer GF6. Und jetzt kommt ein guter Zug wahrscheinlich von mir. Ja, A4. Du öffnest die A-Linie. Ja, also ich war wahrscheinlich jetzt ganz zufrieden mit der Stellung, weil du hast dann das Ken genommen, dann habe ich dich sicher so angeschaut. Ja. Ja, gut. Aber ich war wahrscheinlich auch zufrieden mit der Stellung, weil ich habe also immerhin im Philidor, da kann man ja also ganz übel eingehen und untergehen, schon nach wenigen Zügen, immerhin habe ich schon einige überlebt. Wir sind hier beim achten Zug. Jetzt also B schlecht A4. Ja. Turm schlecht A4 und auch die Rochade. Ja. Springer BD2. Ja, das ist normal. Jetzt gab es einen Zug. Ja, hast du ihn wirklich gespielt? Ich kann mich an nichts erinnern. Wirklich, also ist das unsere Partie. Aber wenn es hier steht in der Datenbank, dann wird es wohl stimmen. Das wird sicher stimmen. Obwohl es wirklich, also ich setzte die Pistole auf die Brust, C6, C5. Mach was, ja. Mach was, ja. Ich weiß nicht, heute, wenn ich das so sehe, vielleicht würde ich sogar den F5 spielen, aber ich weiß es nicht. Mein Zug ist auch sicher nicht schlecht. Weil ich habe mich versprochen von dieser gerade, von dem Feld C4 sehr viel. Ja, also ich weiß nicht, ob das alles so jetzt auf C5 genommen, du hast das jetzt auch mit Bauer genommen. Ich habe wahrscheinlich Springer C4, Dame C7 oder was hast du da? Ja, ja, ja. Ja, wie heute sehe ich es, vielleicht Dame E2 sollte ich machen. Ja, Dame E2 wahrscheinlich, ja. Weißt du, ich weiß es nicht, aber so nach dem Gefühl würde ich heute, mit meinem heutigen Verstand, und weißt du, ich kontrolliere dann mehr noch diese C4-Feld, ja. Also ich bin froh, dass du nicht deinen heutigen Verstand damals hattest und dann spielst du Dame C2, ja. Oh, ist nicht schlecht, aber ja, vielleicht Dame, ja. Ja, ich habe nicht viel hier, fast null, ja, sollen wir so. Du hättest, darf ich mal sehen, wie ist es eigentlich, wenn du jetzt hier Springer A5 spielst? Konnte ich, ja, aber dann kämen immer Springer B6 und C4, weißt du, ja, weißt du, nach Springer A5 kommst du tatsächlich Springer B6. Ja, 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 schau, schau. Und Turm muss weg, ja, also gut, dann probiere Springer B6, ja, also so schnell. Turm A2 und C4, weißt du, das würde mir nicht passieren, wenn die Dame auf E2 wäre. Ja, richtig, richtig, richtig. Und jetzt stehe ich schlecht, praktisch, weil ich verliere auf E4 und, ja, schau das dir an, das wäre ein Unterschied, Dame C2, Dame E2, also, weißt du, das war schon eine Partie, ich weiß nicht, ich erinnere mich nur, ich glaubte noch, dass wir uns beide qualifizieren können, aber ich habe dann mit dem Seidema verloren, also, dann war ich raus. Naja, gut, also so ist es auf jeden Fall nicht gekommen. Nein, nein. Und du bist nicht nach A5 mit dem Springer aus gutem Grunde und hast stattdessen Turm A2 gespielt. Jetzt Turm FD8, okay, der Turm gehört auf die offene Linie, Läufer G5, Springer B6. Und ich glaubte im ersten Moment, das ist doch Fehler, weißt du, da ist eigentlich, du hast mit deinem eigenen Köpfchen gearbeitet, aber sehr gut, weil, dann musste ich feststellen, und das habe ich sicher analysiert in meinem Kopf, dass ich kann nicht auf A5 nehmen. Ja, jetzt schauen wir mal, was wäre gekommen, wenn du jetzt zum Beispiel mit dem Zehspringer da genommen hättest? Ja, na gut, dann verliere ich nichts, aber du spielst C4, ganz eindeutig, ich muss weg und dann nimmst du mit Läufer auf A4. Und du kannst sehr zufrieden sein. Ja, natürlich, du bist total in Ordnung hier, ich weiß nicht wie, aber die Dame muss weg, dann hast du H6, weißt du, du hast wunderbare Kontrolle da. Ja, 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 okay, dann also nach Springer B6, jetzt lassen wir doch mal den anderen Springer nehmen. Das könnte sogar sehr fatal sein, weil dann, das habe ich noch gesehen, deine Falle, ja, du nimmst. Ja, jetzt kann der Läufer nicht nehmen, weil der Springer auf E5 hängt, dann musst du also so nehmen. Dann kommt ein fürchterlicher Zug. Springer G4, und das droht also hier. Ja, das hat mir überhaupt nicht der Falle. Das kann ich mir vorstellen, und es ist auch jetzt dann, und der Läufer hier auch. F4 geht nicht, das ist dasselbe Läufer schlecht. Ja, ja. Ja, weißt du, das kann dem Weißen überhaupt nicht gefallen. Nein, 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 nein.